Freifunker verbinden ihre Rechner über drahtlose Funkverbindungen und bauen sich so ein eigenes Netz, in dem sie Daten austauschen, chatten oder telefonieren können, und das ohne dabei Dienste eines kommerziellen Providers zu nutzen. Dabei entsteht ein Maschennetz. Der Vorteil? Fällt ein Knoten aus, wird das Datenpaket einfach umgeleitet. Die Datenübertragung ist dabei neutral, abhörsicher und zensurfrei, weil es keine Zentrale gibt, die die Verteilung der Daten übernimmt und sie bewerten oder durchsuchen kann. Viele Nutzer stellen außerdem ihren Internetzugang zur Verfügung und ermöglichen so anderen den Zugang zum weltweiten Netz. Die Daten werden verschlüsselt und über eine sichere Verbindung übertragen. Damit ist der Freifunker vor Gesetzesfallen geschützt, wie zum Beispiel der Störerhaftung, die es in Deutschland gibt und die ihn für illegale Downloads haftbar machen kann. Egal ob Datentransfer oder freies WLAN, bei Freifunk gilt, je mehr Menschen mitmachen und ihre Bandbreite zur Verfügung stellen, desto besser wird das Netzwerk.